Musik Hey Leute, es ist mir wieder euer Dragon Raid und heute spielen wir die Custom Zombie Karte Quiz V2 Und mit dabei ist der Yannick und der Oskar Moin denn Also Leute, ich bin mit einem neuen Mikro am Start Hoffentlich könnt ihr mich jetzt besser hören Oh ja Hoffentlich auch du, Pascal Ja, ist Pascal Das ist ein Typ, wo ein Kommentar in die Dinges geschrieben hat Achso Und gesagt hat, dass er scheiß Mikrofon hat Achso Und übrigens meine Gaming-Tastatur ist heute angekommen, ist richtig geil von Rocket Die ist QFX Multicore oder was, das war keine Ahnung Meine ist besser und das von Razer Ja Auf jeden Fall Und Yannick ist das Beste, 8 Euro hat sie gekostet Ja Äh, wo gibt's denn eine Waffe? Oh, guck mal, wie viel Geld ich hab, Leute 31 Zombies in Runde 1, äh 2 Ja, ja Ist ja gerade das Geile An der Karte Ja, aber nur wenn du Multiplay spielst, wenn ich... What the fuck? Oh du Noob, oh du Noob Egal Das Gameplay findet ihr übrigens auch auf meinem Kanal Was? Hat jemand gesagt Und das Video ist in der... Ach, scheiß drauf Das, ähm, der Link ist in der Videobeschreibung von meinem Channel Naja, wird ja eh nicht sein Nein, glaub ich nicht Doch Glaub ich nicht Nein, Spaß Ah, ich hab das Bowie-Messer, haha Mir soll so Drecks empfetzen Kann man hier irgendwo ne Waffe kaufen? Oder gibt's ne Musikbox Nein Ah, hier ist ne Waffe Habt ihr euch die M2A1 gekauft? Ich hab mir das Bowie-Messer für 3000 gekauft Ja, ich hab grad mal 1200 Oh, Leute, ey Oh, wie viele Zombies Ach, 60 Zombies in Runde 3? Ja Was zur Hölle, Alter Völlig Das ist easy Ich konnte mich nur nicht entscheiden Wegen der Scheiß- Ich komm hier nicht weg Haha Ich werd sterben, Alter Ich hab mir sonst die Scheiß-Waffe gekauft, ey Ich komm hier nicht weg, Mann Fuck, was war denn das jetzt? Leute, wollt ihr mich verarschen? Du stirbst eh Nicht unbedingt Kann sterben, das muss ich übernicht Tötest einfach, die Viecher Die haben's nicht verdient zu leben Mann, ich kann keine, äh, Ego-Perspektive einstellen Da, ne Nuke Eine Nuke Wo ist denn der Nuke? Ach, da Mann, es spawnen die ganze Zeit diese Fisch aus dem Ja, bei mir ist die Musik zu laut Ja, ich muss da auch gerade noch alles richtig einstellen Ey, ihr hört Musik? Ja 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 Musik ausgestattet Was? Der müsste mich kurz beschützen Junge! Alter Junge! Alter Junge! Oh, das waren wir doch von oben runter Kannst du mich kurz beschützen? Nee, ich glaub, das wird bei der Map hier nix Ja, ich hör's Jo, genau, ich hab 190 Punkte Ja, völlig normal Oh, halt's Maul, Alter, ich bin so gut wie am Arsch Dragon Raid, du konntest dir die Farmers kaufen Oder Wo ist die Farmers? An die Kiste Hier rechts oder an die Kiste gehen Ah, die, hä, wie ist es die Kiste aufgegangen? Äh, elektriert Oh, der Hund stimmt jetzt mal mir vorbei Wie, 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 wie ist die Kiste aufgegangen? Ist an die Kiste gegangen? Ja, aber wie ist die aufgegangen? Wie habt ihr die aufgemacht? Strom Ach, du hättest du dich schon nach oben aufgekauft Ja, na klar Und ich hab das wie geht gehabt Oh, danke Was hast du zu viel GTA? Geld Äh, sieht aus als ob ich hab die ja schon mal gespielt Hier komm mal ja gut campen hier oben Na klar, nur campen Oder gameln Genau Das Bullmesser ist da hinten Gut Äh, das schießt mal die Dinger ab, ne? Ja, die Violetten sind verpackt Nein Ja, genau Tot, 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 tot Ich lieg hier, du kannst ja nicht durch Ich hab dich doch gerettet Danke Das ist doch für eine Waffe, Mann Wer? Oh Ich hab die M4 Ich hab die M4 Kann man ja auch alles machen Ich hab das in 3-4-Hals-Maul-100-Zombies Einer vielleicht muss ja dann kurz die Kiste zählen Nur Die weißen können wir ja auch abschießen Schon Wenn Runde 17 kommen dann 1000 Das gibt Punkte Easy hier die Karte, easy Warte mal, lass mich kurz durch, ich hab ein Messer dabei Lass mich bitte durch Du willst sterben Sag ich Ja, sag ich doch Ja, ich will sterben Ja, dann riskierst du halt nicht, schieß lieber Guck mal, bei so vielen Zombies Und wir vielleicht den Zombie übrig lassen Scheiße, ich hab keine Money mehr Meine Waffe ist so geil Ah Was zur Hölle Kann man aber schon Crawler machen Ähm Nicht nehmen, nicht nehmen Warum? Punkte Ach komm, die paar Die paar Ich nehm jetzt einfach gleich Nein, 24 Zombies, Mann Das sind ein paar Punkte Ey, zeig jetzt mal bitte, wo die Kiste ist hier Unten Ja, unten Wo? Da, wo ich jetzt dran gehen werde Naja, ich bin wieder tot Ich bin Jugger Was? Das ist Jugger? Wo ist ein Jugger? Jugger ist hinter dem Ding Ähm, wenn du weiterläufst und dann Ähm, links von diesen Zwei Knöpfen Ey, das da unten ist hier eine Todesfalle, ey Ich bin tot Ah, ich hab dich beschützt Okay, lass mal ein Leben Wo ist die Kiste? Hier, bei mir, wo ich da reingehe Gute USP, wow Ich muss auch gleich in meine Kiste Achtung, Zombie Warte mal Nee, nee, lass riskier's bloß nicht Passt Okay Ich hab ne Python mit A-Kopis, die, Alter Ich hab genau dieselbe Waffe wie du, Christian Einmal, geh ich noch Ja, die ist scheiße Das, die? Ach, echt? Die MP5 Ja, Mann, MP5 Die ist doch gar nicht so schlecht Oh, die G3, die ist besser Ich muss noch kurz was beim Sound einstellen Ich will hier mal wissen, wo hier Juggerlack ist Perkotanisch Oh, die G3 ist irgendwie geiler Ah, hier ist Juggerlack Juggerlack, hier ist Juggerlack So, ja, ich hab mich schon so lange nicht mehr gespielt Die Karte, hab ich mal irgendwann mal gespielt gehabt, ey Hä? Achso, da Wo die Wo die Punkte auch schon gegammelt, äh, gegeilt worden sind hier Ich stelle dich alles so weit vor, Mann Ich brauch ein paar Punkte Ficken Nein, 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 Hilfe Ach, Dresch Ah, das ist ein Qualler Ja, manch, ja Ja, ganz fix, das ist gut Ja, gut, muss Immer fix Nicht immer Ja, bei Ugo X aber schon Meistens 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 Ach, da hinten dürfen wir den schon nicht aufkaufen, ne Das sind wir ja, Marge Doch, wir dürfen die eine aufkaufen, entweder die unten, oder Äh, ich bin auf die Dings, auf Ticket kommen Wir dürfen eine aufkaufen, aber wirklich nur eine Was ist das, Teddybär, was ist das? Teddybär ist, ähm, entweder du bekommst Geld, oder wir bekommen Minusgeld Also, ist das Ich sag mir mal ein Minusgeld, nein, oder Minusgeld Bin ich blöd Ich hätt's nicht machen dürfen Krabbe hochgekrabbelt, bitte Oder kann man hier nicht krabbeln? In Wölnd war krabbeln, ja Warte mal, ich muss kurz, ähm, Dings Ja, ich kann dich nicht retten 15 Zombies noch Ja, okay, lasst ein Leben uns Go, 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 go Oh, Junge, Mann Kann mir jemand sagen, wo die Ah, ne, ich hab ne 1000 Punkte Oh, ne, warte mal, oh, scheiße Ich sterbe in meiner eigenen Geschiss Ich hab nur noch sauwenig Muni, Alter Ja, ich Nein, ich bin tot Ich bin Ach, ich dachte, ich bin tot Hilfe, ich bin tot wegen meinem eigenen Geschiss Ich brauch gleich, so werd ich geschlagen, das ist ein Quorlau, pass auf Ich hab keine Muni Du kannst dir hinten Muni kaufen Wo? Was? Irgendeinem Verein macht Ich seh jetzt irgendwo ne Farm aus Geht doch Leute, schießt Ja, ich komme Oh, passt Die Sache läuft Gibt's ein Endgame? Äh, ja, aber das ist schwer Also musst du halt alle, alle Kisten hier machen Soll ich den Teddybär wiederholen? Ey, wie den Teddybär, so Nein, hol den nicht Wo ist die Kiste? Das sind nur Ey, wer von euch hat so ne komische Laserwaffe? Ich Die macht Crawler Die ist scheiße Ne, hab, ne, das ist nicht meine Doch, das ist deine, die Schießweise Die macht keine Crawler, Mann, das sind Granaten Das sind die Granaten, Mann Ey, wir drängeln jetzt ja alle hin und her vor Und das ist ich Dass jeder Punkte kriegt, ey Ja, wir werden schon auch noch Punkte haben Weil's so viel Zock ist Okay, Leute Lass uns mal alles so hier hinstellen, dass wir da rauskommen können Weil wenn einer rot ist, ist das scheiße Oh ja No ammo Also ich mach keine Crawler Lass mal in dem Ich auch nicht Okay, warte, warte, warte So passt, letzter Nein, probier's bloß nicht Sniper Die Kiste ist immer noch da unten, oder? Ey, warte mal, hier kann ich die aufkaufen, oder? Warte, warte Für 2.000, hier kann ich die aufkaufen? Ja, kannst du ja, klar Ohne, dass von unten Zombies kommen Warte, warte Ja, ähm, kannst du Nein, warte mal, welche jetzt? Die hier Hier, guck mal, hier oben bin ich Ja, das kannst du aber, das ist dann die letzte, die du aufkaufen kannst Mach, mach, die kannst du nur aufkaufen Okay, was in die Kiste? Ähm, die Kiste? Auch wirklich nicht da, wo ich jetzt denke Nicht aufkaufen, die nicht, bloß nicht Ich kaufe auf Dann können wir auch gleich Trains laufen Kann man noch irgendwas sinnvolles kaufen? Nee, ich mach's einfach Sinnvoll Ja, partner Ja, mach doch keine Musik, ich muss es mal ein bisschen lauter machen Ich muss es verleißen Musik an sich ist ein bisschen leise Ich hab's gerade bemerkt Oh, Leute Hoffentlich, wenn ich das Video hochklärt, kommt nicht, weil ich gehe mal, aha, Musik von Drittanbietern und so Ja, dann kann ich es wieder löschen, ey, das ist da hier in Deutschland nicht erlaubt Und die blauen? Blauen, das ich kann auch nicht normal machen Nee, kann ich nicht, ich hab grad prob Probierens anzuschießen Und die gelben? Gelben, die kannst du, glaub ich, nicht weg Ja, ich hab pluspunkt bekommen Nur du oder wir alle Äh, der einer hat minus Ja, ihr habt beide minus, ich hab pluspunkt Spast Einmal, schafft ihr das kurz? Nein Musik war irgendwie wieder zu laut, man, ich krieg's nicht hin Leute, schießt mal voll rein, das hier wieder Ja, kann grad nicht Leute, 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 die kommen alle zu mir Geht da raus Ja, ihr müsst mir schon helfen, ne, wir müssen schon irgendwie da vorne stehen bleiben Ja, bitte, Famous geht doch schon nicht, wenn ihr so wenig Muni habt, also Muni Ja, ich brauch auch zu einem G am besten Ich geh gleich noch mal in die Kiste Blödes, ich weiß nicht, wo die Kiste ist Ja, die ist oben, wir müssen alle Knopfe ausdrücken Und ich hab keine Muni, Alter Ja, ich auch nicht Deswegen kaufe ich mir jetzt Fürs Team 3000, ich hab keine 3000, kann jemand kurz 3000 ausgeben? Ja, komm Ich hatte keine 3000, das hätte ich selber gemacht Komm, das brauche ich Irgendeiner hat sich grad, äh, 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 Dinger gekauft Die Beißen und da ist da, das ist, äh, wie heißen sie? Das ist, äh, Esmin Ähm, das hat Dings gemacht Ui, bei mir an die Kunde Was? Nein Wir machen's ab sofort so, wir kaufen uns keine, wir holen uns keine Teleband Sammeln, wenn ich mir einen am besten